herzlich willkommen liebe freunde der virtuellen landwirtschaft zu einem neuen blog eintrag der heute erschienen ist und da geht es um die bodenverformungen und dementsprechend wollen wir uns das mal ein wenig ansehen was wir denn da erwarten können und ich werde euch jetzt nicht alles vorlesen was im blog steht wenn ihr alles lesen wollt schaut in den link könnt ihr ihn euch selber angucken aber so ein paar sachen sind doch ganz interessant immer der erstmal die bilder durch sie zwar im pause modus quasi als screenshot etwas merkwürdig aus diese ecke hinterm flug aber wir sehen hier eindeutig das sieht aus wie forschen und das nächste bild zeigt uns es sind auch gerenderte forschen also keine normale verzerrung die wir bisher im ls 22 haben sondern tatsächlich performungen die auch richtig gerendert werden und wenn wir von hier aus schauen sehen wir hier hinter am traktor eine leichte vertiefung und ja das macht schon spaß sich diese sich diese bilder anzuschauen ja was soll man dazu noch sagen so was mir dann beim durchsehen der bilder aufgefallen ist bevor ich überhaupt den text des blogs gelesen habe ist ja hier haben wir eine richtig schwere maschine und und auch relativ tiefe eindrücke und hier haben wir eine mit mehreren reifen also mit zwillings bereifung überall obwohl es eine schwere maschine ist ein schwerer traktor ist nicht ganz so tief und hier sehen wir relativ tief mit einfach bereifung und auch noch nässe an den reifen die war auf dem vorherigen bild nicht haben und da war so die erste eindruck so gibt es da vielleicht einen einfluss hat scheint da sich diesmal selbst übertroffen oder sind es einfach nur schicke bilder so wir sind jetzt hier den case der ist sehr schwer auf ketten und dahinter sind wir kaum boden performung und hier kann man erahnen dass da gar keine bodenverformung drin ist also habe ich mich gefragt was ist da wohl und ja auch der grubber macht hier kleinere forschen was natürlich auch sinn macht logisch hier sehen wir dass bei in diesen wasserfeldern sich sogar wasser sammelt in diesen forschen lustigerweise sind die auch unterschiedlich tief aus wie bald das ist hier sehen wir jetzt traktor auf leichtem schnee wir haben ihn aber auch hier auf schwerem schnee und wir sehen hier den traktor der ebenso nur nur sehr wenig eingesunken ist sehen wir hier eine sehr tiefe sehr sehr tiefe furche und das sieht man hier noch mal noch mal genauer man sieht den die schnee den schnee layers nenne ich jetzt mal und darunter die verformung des bodens und wirklich schon lust auf mehr wobei mir dieses bild dann wiederum sagt ich hoffe das ist schnee nachdem es geregnet hat weil das glänzt ja als wäre es gefrorenes wasser also das glänzt noch ein bisschen viel aber macht auf jeden fall jetzt schon lust auf mehr und dann habe ich den blog natürlich zu den bildern auch noch gelesen und dabei kamen dann so ein paar sachen habe ich im text gelesen wo ich einfach mal drauf eingehen möchte dass ich jetzt so noch richtig bock habe auf den 25 also sie schreiben im blog was von von dass ich das jetzt wirklich aus gameplay auswirkt und vor allen dingen dass es verschiedene faktoren gibt wie sich der boden verformt denn jede bodenart hätte eine andere festigkeit und viskosität was asphalt sich so gar nicht verformt und schlamm halt er sehr stark und das fahren auf schnee zermalmt den schnee und während schlamm ihn über längere zeit komprimiert das klingt so als würde der boden sich das merken wenn man mehrfach darüber fährt und dann gibt es diesen kleinen nebensatz wenn der boden nass ist wirkt sich dies ebenfalls auf die verformung aus sie schreiben wenn der boden nass ist sie schreiben nicht wenn es regnet sondern sie schreiben wenn der boden nass ist hat giants endlich ein feuchtigkeitssystem im boden damit er weiß hey es hat gestern den ganzen tag geregnet heute müssen wir tief einsinken wer weiß ich finde es geil und das wäre natürlich auch würde uns für für die zukünftigen sachen terralife plus projekt natürlich zugute kommen weil dann müssten wir das nicht alles noch bauen und könnten auf die standard sachen von der engine zugreifen dann schreiben sie und das war eine sache die hatte ich vor paar tagen mal schon mal gefragt aber keine antwort bekommen jetzt weiß ich auch warum dass nicht nur das gewicht des traktors sondern auch die breite seiner reifen die reaktion des bodens beeinflussen heißt breit reifen ketten machen endlich sinn so dann schreiben sie auch eben dass das ganze jahr auf dem dass ich das gameplay auswirkt also zum ersten ich lese das einfach mal vor und dann erzähle ich euch was ich kein gefühl hatte als das gelesen habe zum ersten mal gibt es im ls 25 eine echte physische reaktion des geländes jetzt man spürt wie der traktor über den boden fährt und man sieht wie er spurrillen und spuren hinterlässt jetzt kommt ein komma und der rest des satzes sind nicht mehr sondern man spürt heißt dass wir haben endlich richtiges force feedback auf den boden fände ich zwar generell extrem cool dann frage ich mich allerdings warum das neue hori lenkrad kein force feedback hat weil als das rauskam wussten sie ja schon was sie mit 25 er machen werden so dann schreiben sie auch noch dass es zum beispiel schwieriger zu lenken ist wenn man tief im boden eingegraben ist heißt fahr ich mit den schmalen reifen über den nassen acker wo ich ziemlich tief einsinke habe ich dann schwierigkeiten zu lenken so klingt es dafür brauche ich aber force feedback wieder ich freue mich drauf auch wenn ich jetzt noch nicht weiß was ich dann mit meinem lenkrad mache dann brauche ich nämlich definitiv ein neues oder vielleicht rüstet hori ja noch nach so ja dann habe ich weiter dann kommt sehr ziemlich viel technischen technischen kram in diesem in diesem blog aber sie schreiben zum beispiel hin dass das ganze dass diese boden verformungen auch gespeichert werden mit einem neuen system und einer eigenen dafür entwickelten density map processing unit klingt nach viel spaß beim modding im 25er so viele möglichkeiten die ich jetzt schon sehe und das ist natürlich eine sache wo ich denke wahnsinn das ist tatsächlich richtig richtig fortschrittlich was jetzt kommt im verhältnis zu dem was wir im 25er hatten dann gibt es auch noch informationen darüber wie das das ganze in der ferne halt anders gerendert wird was eben gut für die performance ist und insofern wer mehr technisch wissen will der schaut sich den blog an link findet ihr unter dem unter dem video und ansonsten bin ich jetzt durch dieses durch diese info wieder mal mega gehypt also mein halblevel viele sagen 25 er hat mich gar nicht da kein blick lieber für 22 also alleine das was da im blog steht das macht mir jetzt wieder so viel lust zu spielen und ich hoffe es macht auch euch mehr lust zu spielen und solltet ihr jetzt das bedürfnis haben euch den ls 25 vorzubestellen unter der video beschreibung ist auch mein partner link support ist kein mord gerne über meinen partner link vorbestellen oder generell bestellen dann kriege ich vielleicht demnächst noch sogar noch ein bisschen früher info info und werde vielleicht irgendwann mal selber partner aber gut wenn nicht ist auch nicht so schlimm aber wenn ihr euch den ls generell sowieso über den giant store kauft dann seid nicht dumm benutzt den promocode von irgendeinem eurer favorisierten streamern oder youtuber denn ihr zahlt nicht mehr davon ihr unterstützt damit den streamer und ja zeigt dass die streams und sowas auch sinn machen damit uns das auch in zukunft erhalten bleibt in diesem sinne hoffe ich dass euch das video gefallen hat und vielleicht wenn er den blog schon gelesen hat lest er ihn einfach noch mal mit dem was ich so gesagt habe und sollte ihr nicht gesehen haben schaut euch an es lohnt sich bis dann